So, liebe Challenger, dieses Jahr sind wir auch wieder dabei mit einem Team Fisch und Fangen bei der Predator Tour 2017. Letztes Jahr waren wir ja auch schon mal da. Dieses Jahr auch als Sponsor, das heißt, wir haben ein bisschen was mitgebracht. Jeder kriegt da ein Magazin, also jedes Team Raubfisch und Fisch und Fangen aktuelles. Wir verlosen natürlich auch aus unserem Shop-Wobbler. Zanderkönig ist dabei. Aber es gibt natürlich noch einen Punkt, private Ansprache, weil ich nehme ja teil und ich möchte natürlich das Ding auch gewinnen. Wir haben letztes Jahr im Training zwei richtig fette Hechte gefangen. 1,20 links, 1,20 rechts. Die wissen wir ja noch genau, wo die stehen und die werden wir uns dieses Jahr holen. Das sind meine. Also, Koppens, Starbermann, Rosemeyer. Kein Problem. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Das kann man nicht bringen. Das kann man nicht bringen. Können wir. Können wir. Das ist so peinlich. Untertitelung des ZDF, 2020